Sag doch einfach mal, wer bist du überhaupt und was ist dieses Mana-Entzug? Ich bin der Jakob von Mana-Entzug, dem Mana-Entzug-Podcast. Und dieser Podcast dreht hauptsächlich um Magic the Gathering und mit speziellem Fokus auf Commander. Das ist quasi ein spezielles Spielformat. Und du hast schon gefragt, was Mana-Entzug heißt. Mana-Entzug ist tatsächlich daran angelehnt an eine Karte, die es aus Magic gibt und die heißt Mana Drain. Das ist eine sehr, sehr alte Karte tatsächlich. Die gibt es schon seit den 90ern, soweit ich weiß. Und das war früher eine nicht so seltene Karte, also eine relativ günstige. Und früher dachte man, die wäre nicht so gut, weil sie ist im Prinzip so gestaltet, dass sie einen Zauber neutralisieren kann. Also quasi man spielt seine Karte und man kann sie neutralisieren und nichts passiert. Das heißt, die geht einfach weg, beziehungsweise in den Friedhof. Und früher war es so, dass es eine Mechanik gab, weswegen die Karte nicht so gut war. Weil im Prinzip hat man im nächsten Zug, wenn man dann dran war, einfach grob gesagt Mana bekommen in Höhe des Wertes, die die Karte gekostet hat, die man neutralisiert hat. So, und dann war es im Prinzip so, immer wenn man die Phasen gewechselt hat, dann hat man so viel Schaden bekommen, wie viel Mana man unverwendet im Mana-Pool, so sagt man halt, hatte. Und deswegen waren die Karten damals einfach nicht so stark, zumindest anfangs. Und inzwischen ist es halt eine sehr ikonische Karte. Es ist einfach der, sag ich mal, Counterspell auf Englisch, den man so heutzutage gut kennt, weil man im Prinzip danach im nächsten Zug halt ziemlich viel machen kann mit den Mana, wenn man die Karten entsprechend hat. Genau. Und ja, deswegen habe ich mir gedacht, ich will gerne eine Karte nehmen, auf Deutsch übersetzen, weil es gibt auch viele andere Podcasts im Magic-Bereich, die einfach Kartennamen haben, Mechaniken oder andere Sachen aus Magic. Und ich wollte halt einen deutschen Podcast haben, deswegen hieß das nicht Mana Drain, sondern Mana Entzug. Und ich versuche halt eben auch alles auf Deutsch zu erzählen. Also die ganzen Karten versuche ich überwiegend auf Deutsch vorzulesen und eben auch einzublenden, weil es halt sogar ein Videopodcast ist, genau. Das finde ich sehr schön. Ich hatte meine erste Idee, wie ich gehört habe, dein Podcast oder auch auf Instagram, heißt ja Mana Entzug, war, okay, Mana braucht man, um Magic the Gathering zu spielen, das wusste ich. Und Mana Entzug, so, man bekommt Entzug, wenn man nicht Magic spielt. Also das habe ich aufgefasst. So kann man es auch aufpassen, auf jeden Fall. Also wenn ich nicht genug Magic spielen kann, dann kribbelt es schon in den Fingern, auf jeden Fall. Wie bist du auf die Idee gekommen, einen Podcast über das Thema zu machen? Weil es ist ja mal was anderes, darüber das zu spielen, aber warum redest du darüber? Das ist eine sehr gute Frage. Also ich habe das Format Podcast erst relativ spät für mich entdeckt, nachdem ja schon viele Leute schon sehr lange Podcasts hören, habe ich wahrscheinlich so, ja, es gab einen großen Podcast tatsächlich schon vorher, der aber auch als Videopodcast ausgelegt ist. Und wenn man das als Videopodcast konsumiert, dann ist es nochmal ein bisschen anders. Ich habe dann später erst angefangen, nur Audiopodcasts zu hören. Und ich finde das Format halt schön. Man kann halt sagen, ich gehe spazieren und höre mir nebenbei den Podcast an und kann halt dann währenddessen mich dann weiterbilden in der Hinsicht. Man kann ja sehr viel lernen bei Magic. Und ich hatte dann irgendwann mal Lust gehabt, mal selber was zu bringen. Ich habe nämlich selber auch schon einen Podcast gemacht mit meiner Band. Also ich habe eine Band, in der ich Musik mache. Und das war so Anfang der Corona-Zeit. Und dann dachte ich, irgendwie hätte ich Lust, selber auch noch was Kreatives zu machen, so nach der Arbeit irgendwas Spannendes. Und habe mich dann dafür entschieden, das einfach mal zu recherchieren. Weil man fängt ja auch nicht einfach aus dem Blauen irgendwo an. Also manche vielleicht schon, aber ich habe zumindest mal wissen wollen, gibt es denn da schon was im deutschsprachigen Raum? Also deutschsprachige Magic-Podcasts. Genau, deutschsprachige Magic-Podcasts gibt es tatsächlich schon einige. Ich habe dann über die Zeit viel, viel mehr gefunden. Aber die, die regelmäßig Content rausgebracht haben, waren jetzt nicht so unheimlich viele. Und habe mir die halt auch angehört eine Zeit lang und irgendwann gedacht, boah, ich hätte noch eine eigene Ansicht, die ich gerne reinwerfen würde. Und ich hatte sowieso Lust, irgendwas zu machen. Und habe dann tatsächlich dann gesagt, okay, ich muss jetzt das einfach mal ausprobieren. Und habe mir tatsächlich dann ein Logo machen lassen. Also das Logo, das habe ich nicht selber gemacht. Die Ideen dafür hatte ich selber. Und das ist doch sehr schön. Dankeschön. Da kann ich gleich noch darauf zu sprechen kommen. Und ich habe halt noch einen Jingle selber machen lassen. Ich kann auch selber Musik machen, aber wollte halt irgendwas Funkiges haben, was halt sehr catchy ist, wenn man das einmal einschaltet. Und das ist dann, ah, das ist der Mana 2 Podcast. Und ja, habe dann einfach, einfach angefangen. Einfach, ich hatte auch noch schlechteres Equipment da, also Hardware an sich. Ich habe jetzt aktuell so ein richtiges Podcaster-Mikrofon. Das habe ich mir aber relativ bald geholt, weil mich das Audio genervt hatte, was ich vorher hatte. Aber dann war das so ein Prozess halt. Und die ganzen Programme zum Bearbeiten hatte ich sowieso da, weil ich sie mir zu Studienzeiten noch gekauft hatte teilweise. Und ja, so ist es dann zu dem Podcast gekommen, genau.